Im Bachelorstudium Maschinenbau an der FH Technikum Wien wird nicht nur fundiertes technisches Grundlagenwissen vermittelt, sondern auch der Produktentstehungsprozess genauer unter die Lupe genommen. Die Absolventinnen und Absolventen unseres Studiengangs sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt, denn sie sind äußerst vielseitig einsetzbar und haben die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Gleichzeitig sind sie bereit, die Herausforderungen der Zukunft in Angriff zu nehmen und so zum Wohle der Gesellschaft beizutragen. Es hat sich einfach allgemein sehr interessant angehört und Maschinenbau ist ja sehr fächerübergreifend und es hilft mir dabei, die Faszination zu verfolgen, zu verstehen, wie Sachen funktionieren. Also die ganze Welt besteht aus Maschinen und jedes Mal, wenn ich eine sehe, möchte ich wissen, wie es funktioniert und ich bin, denke ich, auf einem guten Weg dahin. Was mich am Studium begeistert, ist das Arbeiten mit Toleranzen, das Nachrechnen von Teilen und am Schluss wirklich was in der Hand zu haben, was man selber konstruiert hat, was man selber berechnet hat. Mit einem 3D-Drucker kann man im Studium ganz, ganz viel selber drucken. In den Laboren steckt man Schaltpläne, hat dann fertige Schaltungen, die dann leuchten oder wo dann Kolben sich bewegen. Das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann selber was produziert hat. Es begeistert mich sehr, dass man Stück für Stück die Werkzeuge bekommt, um sich mehr Wissen anzueignen und man auch wirklich sehr schnell sieht, wie viel man lernt und wie viel man auch noch lernen kann und wie viel man verstehen kann. Im Studium hat mir besonders Spaß gemacht die Konstruktionsübungen, wo wir ein ganzes Getriebe selber konstruiert haben, von Null weg berechnet haben. Das war ein recht großes Projekt, aber ein aufwändiges Projekt, aber ein ganz tolles Projekt. Besonders stolz sind wir bei unserer Ausbildung auf die ausgewogene Kombination aus Theorie und Praxis. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass unsere Studierende auf eigenständige Art und Weise lernen, sich rasch in neue Themenstellungen einzuarbeiten bzw. passende Lösungen zu entwickeln. Ich habe die Warm-Up-Kurse gemacht und die haben mir auch sehr dabei geholfen. Gerade was die Mathematikgrundkenntnisse und sowas angeht, war es sehr, sehr hilfreich, das wieder alles zurück in den Kopf zu rufen, dass man es wieder parat hat. Man kommt erstaunlich schnell wieder rein ins Lernen. Wir haben das. Wir haben das. Wir wollen das. Wir wollen uns nicht mehr rein und nicht mehr abstehen. Wir haben das. Wir wollen uns nicht mehr aufgetren.